Ohne die entsetzlichen Opfer, welche unausgesetzt dem fatalen Sehenleben dieses Menschen fallen, ohne die umfassenden moralischen Verwüstungen, die davon ausgehen, viele es leichter zu gestehen, daß man sein Lebensphänomen fesselnd findet. Man kann nicht umhin, das zu tun. Niemand ist der Beschäftigung mit seiner trüben Figur überhoben. Das liegt in der grob effektvollen und verstärkenden, amplifizierenden Natur der Politik. Des Handwerks also, das er nun einmal gewählt hat. Man weiß, wie sehr nur eben in Ermangelung der Fähigkeit zu irgendeinem anderen. Desto schlimmer für uns, desto beschämender für das hilflose Europa von heute, daß er fasziniert, worin er den Mann des Schicksals, den Albezwinger, spielen darf. Und dank einer Verkettung fantastisch glücklicher, das heißt unglückseliger Umstände, da zufällig kein Wasser fließt, das nicht seine Mühlen triebe, von einem Siege über das Nichts, über die vollendete Widerstandslosigkeit zum Anderen getragen wird. Dies auch nur zuzugeben, die bloßen leidigen Tatsachen anzuerkennen, kommt schon moralischer Kasteiung nahe. Es gehört Selbstbezwingung dazu, die noch obendrein fürchten muss, unmoralisch zu sein, da sie den Hass zu kurz kommen lässt, der hier von jedem gefordert ist, dem das Schicksal der Gesittung auf irgendeine Weise auf das Gewissen gelegt ist. Hass. Ich darf mir sagen, daß ich es daran nicht fehlen lasse. Redlich wünsche ich diesem öffentlichen Vorkommnis einen Untergang in Schanden, einen so baldigen, wie er bei einer erprobten Vorsicht kaum zu erhoffen ist. Dennoch fühle ich, daß es nicht meine besten Stunden sind, in denen ich das arme, wenn auch verhängnisvolle Geschöpfe hasse. Glücklicher, angemessener wollen mir jene scheinen, in denen das Bedürfnis nach Freiheit, nach ungebundener Anschauung, mit einem Wort nach Ironie, die ich seit so langem schon als das Heimatelement aller geistigen Kunst und Produktivität zu verstehen gelernt habe, über den Hass den Sieg davonträgt. Liebe und Hass sind große Affekte. Aber eben als Affekt unterschätzt man gewöhnlich jenes Verhalten, in dem beide sich aufs Eigentümlichste vereinen, nämlich das Interesse. Der Bursche ist eine Katastrophe. Das ist kein Grund, ihn als Charakter und Schicksal nicht interessant zu finden, wie die Umstände es fügen, daß das unergründliche Ressentiment, die tiefschwährende Rachsucht, sich mit den viel weniger berechtigten Minderwertigkeitsgefühlen eines geschlagenen Volkes verbindet, welches mit seiner Niederlage das Rechte nicht anzufangen weiß und nur auf die Wiederherstellung seiner Ehre sind, wie er das eine ausbildet, was Not tut, um jene Verbindung herzustellen. Eine unsäglich inferiore, aber massenwirksame Bereitsamkeit, dies platt hysterisch und komödiantisch geartete Werkzeug, womit er in der Wunde des Volkes wühlt, es durch die Verkündigung seiner beleidigten Größe rührt, es mit Verheißungen betäubt und aus dem nationalen Gemütsleiden das Vehikel seiner Größe, seines Aufstiegs zu traumhaften Höhen, zu unumschränkter Macht, zu ungeheuren Genugtuungen und Übergenugtuungen Macht. Wie er aus dem nationalen Maß ins Europäische wächst, dieselben Fiktionen, hysterischen Lügen und lähmenden Seelengriffe, die ihm zur internen Größe verhalfen, im weiteren Rahmen zu üben lernt, wie er im Ausbeuten der Mattigkeiten und kritischen Ängste des Erdteils, im Erpressen seiner Kriegsfurcht sich als Meister erweist, über die Köpfe der Regierungen hinweg die Völker zu agazieren und große Teile davon zu gewinnen, zu sich hinüberzuziehen, weiß. Wie das Glück sich ihm fügt, Mauern lautlos vor ihm niedersinken und der Trübselige nichts nutzt von einst, weil er, aus Vaterlandsliebe so viel er weiß, die Politik erlernte, nun ihm Begriffe scheint, sich Europa, Gott weiß es, vielleicht die Welt zu unterwerfen. Das alles ist durchaus einmalig. Die Maßstabe nach neu und eindrucksvoll. Man kann unmöglich umhin, der Erscheinung eine gewisse, angewiderte Bewunderung entgegenzubringen. Ich will es dahingestellt sein lassen, ob die Geschichte der Menschheit einen ähnlichen Fall von moralischem und geistigem Tiefstand verbunden mit dem Magnetismus, den man »Genie« nennt, schon gesehen hat, wie den, dessen betroffene Zeugen wir sind. Man soll die Unterschiede wahren. Sie sind unermesslich. Ich finde es ärgerlich, heute rufen zu hören, wir wissen es nun, Napoleon war auch nur ein Kaffer. Das heißt wahrhaftig, das Kind mit dem Bade ausschütten. Es ist als absurd abzulehnen, dass man sie in einem Atem nennt, den großen Krieger, zusammen mit dem großen Feigling und Erpressungspazifisten. Unserer Zeit gelang es, so vieles zu verhunzen. Das Nationale, den Sozialismus, den Mythos, die Lebensphilosophie, das Irrationale, den Glauben, die Jugend, die Revolution und fast nicht noch alles. Nun denn, sie brachte uns auch die Verhunzung des großen Mannes. Die Welt Vielen Dank.